Das sind solche. Aber die können vielleicht die hintere Reihe nicht angreifen. Also nicht medieren. Okay, die sind nicht so schwierig wie die Lanzenträger. So, das bedeutet, den Zettel brauche ich auch nimmer. Das hat aber nur hier die Skeletträume, äh, die Kohlenräume aufgemacht. Die sind was für Talisa. Definitiv. War hier drin nichts. Skelette, Skelette. Leeres Fach, leeres Fach. Nichts, nichts, nichts. Leeres Fach, Hebel. Leere Fächer. Okay, Golems. Aber diesmal nur eine kleine Gruppe, also eine normale Gruppe. Ach, der verstümmelte Heep, der trifft alle, okay. Gut zu wissen. Okay, und bei dem kann ich, dem kann ich auch ausreichen, indem ich einfach zurückgehe. Gut zu wissen. So, mach doch den tot. Danke. Teleporter. Aber sonst nicht. Golem Soldaten. Warum auch immer der Spott jetzt nicht gewirkt hat. Oh, mein Gott. Okay. Was ist das? So schwer sind sie eigentlich nicht. Sie dürfen nur den Magier nicht töten. Wie viel Würst haben wir eigentlich noch? Ah, ein paar haben wir noch. Der Käse ist das stärkste, was wir haben. Also der nach unten, dann die Beine, dann die Würstchen. Weinessig. Und ja, ich denke mal, wenn ich den nächsten Weg nach oben gefunden habe, gehe ich nochmal hoch und plüttere die beiden Lebensmittelregale. Golem Magier. Die sehen niedlich aus mit hier. Magier hüten. Na komm, gehen wir im volles Programm. So, so. Ah, ein Feuerball lieber nicht. Wir verbrauchen zum Glück auch ihr Mana recht schnell. Und sie halten nicht viel aus. Gut. Oh. Golem Brecher, die sehen jetzt wirklich stark aus. Ja, ihr seht böse stark aus. Gebe ich gerne zu. Wobei, ihr geht recht gut runter. Aber ihr tut weh, merke ich. Hinrichten. Okay, hinrichten kann man auch ausweichen. Ich glaube, hinrichten müssen wir ausweichen. Sonst macht das Auer. Ne, der Brustpanzer, der taucht nichts. Warum glaube ich euch nicht, dass ihr einen leeren Ort bewacht habt? Fackel. Noch eine Fackel. Ihr habt tatsächlich einen leeren Ort bewacht. Ja, 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 ich höre euch. Au. Au. Da seid echt nervenzägen. Zerschlagen ist okay. Hinrichten geben wir eins zurück. Okay, durch Brunnen können wir leider nicht ausweichen. Aber hinrichten. Aber hinrichten. Ja, und überhaupt, wir machen halt die Magier den Damage auf die ganze Gruppe. Mit ihren Feuerbällen. Oh, die können Kriegsschreiber nutzen. So, tot prügeln. Klappt gut. Da ist der Weg weiter. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Außerhalb vom Kampf ist der Zauber echt nicht schlecht zum Hochheilen. Attentäter. Jetzt auch noch das. Okay, die können fetzen und schwingen und haben zwei... Au, der Doppelschlag. Ernsthaft? Ich hätte noch weiter zurück müssen. Okay. Definitiv was für Hagen. Das klappt sogar. Mal gucken, ob wir beim Doppel-Heap-Boss zurückgehen können. Also bei dem da. Nein. Okay. Gut zu wissen. Dass wir das nicht können. Aber bei dem können wir. Aber bei dem können wir. Jungs, ich sehe euch. Ganz ehrlich. Ihr seid schlechte Attentäter. Was, nur der einen? Jetzt kommen erst die anderen. Also ja. Nein. 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 Oh, ihr habt euch gut versteckt. Dumm, 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 dumm. Na komm, schwächen wir die mal. Zerschlagen, der da. Oh, ich glaube man sieht sogar, dass man Themen hier ausweichen kann durch diese Symbole. Ja, dem Heep auch. Da muss ich mal öfter drauf achten. Entweder das oder das bedeutet, dass der Heep die ganze Gruppe trifft. So. Aha. Ja, ein Teleporter. Moment, ich habe da so eine Ahnung. Ja. Das ist der Weg. Wieder zurück nach oben. Naja, aber wenn wir schon mal hier sind, habe ich ja gesagt. Äh, ne, ne. Wo ist der Weg nach oben hier? Gehe ich jetzt das ganze Essen einsacken. So. Oh, das bringt uns ja nach Etage 1, macht aber nichts. Es gibt ja hier in Etage 1 auch einen Weg nach, einen schnellen Weg nach oben. Genau, zu Level 3. Zu Level 4. Und Level 5. Und Level 6. Und Level 7. Dem Bereich kommen wir noch nicht. Gehen wir Level 8. Ja, aber auch hier komme ich noch nicht lang. So, hier war kein Essen. Jetzt muss ich erstmal jeder hier den Weg durchfinden. Da rausfinden, wo die... Ah, da war die zweite Speisekammer. So, das heißt, wir haben hier... Albe Weißboote rum. Sogar eine Wintersalami. Also kann ich das hier schon mal löschen, weil hier gibt es kein Wissen mehr. Hier gibt es dafür... Innen, Hülle und Fülle. Essen. So. Ja. Jetzt sind wir vollgepackt mit Essen. Essen. Was wir dann auch benutzen können. So, jetzt will ich einfach mal aus Jux sehen. Naja, okay, wir fahren auch mal hier durch. Egal, wir hätten auch den kürzeren Weg nehmen können. Und ja, laufen mit der Karte ist immer so spannend. Und ja, laufen mit der Karte ist immer so spannend. Als ich sah, dass du uns hierher zurück wirst, hoffte ich. Wir gehen einfach vorbei und verlassen endlich diesen Ort. Aber wir können nicht. Ja, aber es war ein Versuch wert, aber wir haben auch nicht viele Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder wir gehen zurück, die Fendent Dungeon, oder wir bleiben hier und hungern bis zum Tode. Wir werden nicht verhungern, wir sterben eher an Wassermangel. Das ist tröstlich, also lasst uns zurückgehen. Ja, hier landen wir. Und kommen wieder hier raus. Da ist der Weg nach oben, da gab es nichts, da auch nicht. Ähm, achso, ja, der Teleporter, stimmt. Gut. Von da sind wir gekommen, also geht es da lang weiter. So, das heißt, wir speichern hier erstmal. LP-020 schon. Das heißt, die 20. Aufnahmesession. Yay. Also, bis gleich. Das dobげet ihr. Bis gleich. laughing. Gut. Alright.